hallo dieser mandel und du bist noch geschickter geworden ja jetzt können wir eine neue technik trainieren bist du will uns mit mir zu trainieren auf jeden fall werde dich nun die technik der sturzattacke lehren das habe ich verstanden wir bekommen du hast die sturzattacke erlernen jetzt haben wir sieben schriftrollen letzte lacht man ja auf dem friedhof in tabanta und da haben wir das herz teil war hier in dieser region im tempel des tropfens und das können wir auch schon hier hin wo wir vorher noch nicht hin konnten aber was mache ich dann man muss ja graben ja absolut sicher dass wir hier drin das letzte geron im versteck finden ein rotes gunstfragment heisst ja na ja ja das ist sieht sehr verdichtiger aus nach gewohnt okay da haben wir die liane die wir schon lange gewartet haben was bekommen wir hier oben eine gute frage ein weiteres herz teil und normalen mysteriöse muscheln weiß wir bekommen noch einen vollen herz container einen kompletten viele wege In dieser riesigen Höhle muss sich das Fragment befinden von der Corona. Ah, so kommt man zu diesem Herzteil. Oh mein Gott, ein weiteres Herzteil. Und ein weiteres Glücksfragment. Noch mal eine mysteriöse Muschel. Das ist auch noch ein Eingang. Oh mein Muschel. Kann jetzt nur da sein. Da haben wir es. Der letzte Corona, glaube ich, soweit ich weiß. Danach kommt, glaube ich, nichts mehr. Fein Versuche, aber geht einfach nicht kaputt. Der ist die Corona-Höhle, von der alle sprechen. Ich bin gekommen, euch zu helfen. Kommt genau zum richtigen Moment. Lass es uns gemeinsam versuchen. Wauw. Und nochmal ein blaues. Ich bin begeistert. Das ist ja jetzt doch auch ganz schön. Ich bin begeistert. Das ist das Ganze. Vorerst nicht. Jetzt bin ich ein Pferd-Water. Also da ist es mein Pferd-Water. Ich bin spielst du. Ich bin begeistert. und hier bekommen wir auch noch ein weiteres herz teil und zwar hier gegen die loge leute ja mehr auch noch eins weil wir noch mal vereinen es wurde fragmente der grüne tingel und hier sind wir bei der kohlen höhle angekommen so schauen wir mal wie weit wir jetzt die mauer schon eingerissen haben ob er schon komplett durch sind der leute macht es mehr spaß aber irgendwie sehen alle gewohnen gleich aus und hier haben wir doch ein was passiert jetzt hat das was mit dem großen büros zu tun hier haben wir einen neuen ein händler oder wie war schon lange nicht mehr hier ich will viele fragmente verkauft und alle sogar fragmente kaufen perfekt jetzt passiert was gut stein ist lecker ich möchte für immer hier bleiben meinser kann man alles schaffen darin hat lange gedauert wechselwohnen auf einem haufen ist ein bisschen zu viel und wir bekommen die letzte leere flasche hier so hier bei der haben wir jetzt alles wie magdus der erste der größte meister schmerz aller zeiten das training bei mir ist unvergleichlich eine bessere skitwissen bist du willst du mit zu trainieren jawoll bin ich so denn ich werde dich die höchste schwert technik lehren die große wirbel attacke erst eine wirbel attacke drücke wiederhol den knopf es ist verbracht das klingt doch sehr gut so so glaubst du wissen wie die hohe kunst vollbracht wird nun technik muss man mit dem eigenen körper erlernen die schriftrolle der schwert kunst falls du eine schwertechnik vergessen solltest kannst du doch nachsehen große wirbel attacke wie viel kann man denn machen wow ok das ist lang und mit ihm kann man nichts mehr vereinen cool so hier haben wir noch den wasserfall und wir werden mit einem weiteren herzteil belohnt und somit fehlen uns noch vier herzteile soweit ich weiß und ein ganzer container sind wir noch mal auf dem friedhof wo wir den roten gräber wo wir es gebrochen haben wo die zwei kisten erschienen sind bei glücksfragmente bestellen wir noch diese letzte schwertbibel und die letzte empfunde lesen wir ab der dritten noch Band 7 Wertkunst für Fortgeschrittene der Wirbelieb ist dir bekannt wollen das Schwert schwingen Maximus hat dich gelehrt kurz vor dem Aufrichten das Schwert zu zucken man kann es aber auch schon ziehen wenn man gerade anfängt zu rollen ist alles eine Frage des Timings konzentriere dich trainiere auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem simplen Schritt Dankeschön für den follow an Nina willkommen hier bei der Helden-Community was tun Meister Magnus Rubios tarnen sich sie tragen Büsche oder Steine auf dem rückenden Panzer und verstecken sich so es gibt noch andere Wege sie zu entlarven als sie hochzuheben mit einem Kling des Vierbestabs mit einem Sog des magischen Krugs war das nicht hilfreich? die 8 Wunder von Hyrule 7 die Bob-Oms ich habe sie bereits in Band 3 vorgeschildert wenn du sie besiegst lassen sie sie mit hoher Wahrscheinlichkeit bomben so heißt es könnte allerdings auch ein Märchen sein ihr habt dich wohl werter Leser das nächste Band ist schon der letzte dann lasse dich lasse ich das Schreiben sein und gebe mich wieder ausschließlich das Schwertkonzept ja ich bin Literat und Schwertmeister also dann bis zum nächsten und letzten Band Band 8 Band 8 Band 8 so wirst du Junior Schwertmeister sicher wünschstest du schon Wirbelattacke schneller ausführen die Körperteilung schneller aktivieren große Wirbelattacke über längere Zeit ausführen zu können solche Gedanken hat jeder gute Schwertkämpfer soll Menschen geben die diese Fähigkeiten gemeistert haben angeblich kannst du sie treffen wenn das Glück mit dem Spiel ist was tun Meister Magnus Egoa einäugige Steinstatuen die bewegen sich wenn du Pfeil und dir dein Pfeil ins Auge triffst wenn du sie besiegst lassen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Pfeile fallen also verschließ deine Pfeile aber triff dann auch mit dem letzten Pfeil was für ein Gelaber die Acht Wunder von Hyrule 8 Amos und Luminische Schafften die lassen manchmal Blutfragmente fallen wenn du sie besiegst sagt man jedenfalls es könnte natürlich auch mit dem Märchen ihr ein Märchen sein Grab dich wohl Oberter Leser dies war der letzte Band du dich sehen willst bist du immer herzlich willkommen vielen Dank fürs Lesen jetzt noch zum letzten Male du laufen ihr habt dich wohl ok das waren die Acht Bänder von den Schwertfiebeln hier kann man nochmal Fragmente vereinen eine Rote ist diesmal jetzt kommt dieses Blumenbeet für Geltung hier auf dem Gongolberg kann man noch mit jemandem Fragmente vereinen und zwar in dieser Höhle das zeige ich euch gleich das haben wir noch nicht getan was passiert jetzt eine Truhe erscheint hier und zwar hier in diesem kleinen Loch hier bei diesem Schwertmeister am Hyliasee können wir noch Fragmente vereinen und zwar ein rotes mal schauen was er noch für uns hat und zwar hier kommt jetzt oder öffnet sich ein Wasserfall der nördliche Ebene von Hyrule auch hier bei der nördlichen Ebene wenn man hier ins Wasser geht und schwimmt hier mal entlang wir finden die eine rolle Truhe die wir mal durch Fragmente vereinen bekommen haben glaubt man das hier gibt es nochmal was und nochmal 100 mysteriöse Muscheln so hier kommen wir zu diesem Wasserfall den wir geöffnet haben was haben wir hier einen weiteren Schwertmeister ich bin Justin so etwas ähnliches wie der beste Schwertkämpfer von Hyrule wenn du bei mir trainierst kannst du nur deine Schwerttechnik verbessern was ist willst du trainieren auf jeden Fall ja ich zeige dir wie eine große Wirbelattacke noch länger anhält für das Training bei mir ist deine Forschungskraft sehr wichtig mega wirbel 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 jetzt hält deine Wirbelattacke noch länger als vorher Längerung der großen Wirbelattacke wow das ist lange ja hier in Linkshaus können wir nochmal erneut mit Alberich nochmal Fragmente vereinen nochmal eins das geschieht nochmal was Gutes das geschieht nochmal was Gutes Hochebene vom Belay hier im westliches Wäldchen haben wir mal einen Eingang geöffnet mit einem Fragment wenn man hier reingeht findet man hier ein weiteres Herzteil hier unten findet man noch ein Häuschen ein kleines als Minish hier müssen wir mal rein und hier können wir noch mit jemandem Fragmente vereinen so was passiert jetzt oh eine weitere Ranke die hier wächst so gleich niedendran wie praktisch was finden wir hier oben ein rotes Glücksfragment ich dachte jetzt da oben wäre ein Herzteil so bei ihm können wir auch noch Fragmente vereinen bei diesem hier zeige ich gleich wo es ist da wo er das Fragment irgendwie verloren hat da war doch irgendwas der Baum ist offen wo man da auch immer hinkommt da ist noch ein Haus er ist weg ok so hier kommen wir jetzt in neues Territorium hey Link willst du mir nicht kurz zuhören als ich nach langer Zeit heimkehrte war da plötzlich eine Fremde im Haus ich bin doch so schüchtern und traue mich nicht mit Fremden zu sprechen ich muss ein Gedicht darüber verfassen im Haus und Herz ist keiner da wer bist du Bösewicht nimm meine Sachen kein Problem mein Herz bekommst du nicht ich mag es lieber dunkel mach bloß nicht das Licht an könnte ich jetzt tun müssen ein Gegner? ohje jetzt ist es raus erzähl es niemandem hey Link mit deiner Hilfe konnte ich wieder in mein Haus zurück es hat sich sehr verändert aber was soll's ich möchte meinen Dank in deinem Gedicht ausdrücken endlich wieder im Haus Kremten Besen sind raus blicke zurück mit Schmerzen danke dir vom Herzen ah da fällt mir ein bei mir sind ganz viele blaue Muscheln könntest du sie für mich wegwerfen ist doch widerlich oder? wirf sie bitte für mich weg wundert mich so okay labert nur das gleiche hier nochmal kurz zurück zu kommen in Stadt Hyrule gibt es noch diese Katzen die wir verscheuchen müssen oben das dritte Haus zu bauen so aber ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert und zwar ist es so gedacht dass das dritte Haus es gar nicht gibt es wurde so extra gemacht weil es ja nur zwei Teile gab das Oragul of Seasons und Edges und da ist noch zwei damals waren halt drei Teile geplant aber es kam nur zwei raus deswegen haben sie das so gemacht dass das dritte Haus niemals fertig werden würde da es nur zwei Zelda Teile auf diesem Gameboy Advance gab ich denke mal das sieht man auch wenn man das nochmal liest hier wenn man diese Katzen vertreibt kann man hier ein großes Haus bauen ha 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 und da kommt der Gag wahrscheinlich weil am Ende dieses ha 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 sagt wird es also das dritte Haus gibt es nicht für diejenigen die hier lange Rätsel suchen wollte ich das mal ganz ganz kurz aufklären es geht nun weiter mit der Story Zeit für das Finale so hier müssen wir uns nochmal durchschleichen durch dieses durch diesen Garten damit wir das Schwert nochmal stärken können und wir uns zu aus Vierteilen oder zu Vierteilen können diese Fähigkeit brauchen wir am Ende so ich mach das genauso wie im ersten Gang auch so das war nochmal hier unten das war doch der Gang glaube ich zum Schloss genau man sieht ja auch am Schwert dass es sich schon verändert hat das ist jetzt schon blau mal schauen wie es danach aussieht so auf nochmal zur heiligen Städte so auf nochmal zur heiligen Städte so die letzte Kraft des Elements des Windelementes und das Schwert hat sich nochmal verändert das ist golden wie es aussieht das Windelement wurde übertragen die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen nun ist es das Schwert der vier du kannst dich jetzt vierteilen lädst du das Schwert mit Energie auf indem du den Knopf gedrückt hältst und lässt ihn da los feierst du einen Strahl ab der versteinerte Menschen von dem Fluch des Hexenmeisters befreit super cool es ist nun endlich offen was ist da hinten Ola weil das hallige Schwert nun vollkommen ist hat sich eine Tür geöffnet vielleicht führt sie zu dem Raum in dem das Geheimnis des Forsts verborgen ist Link lass uns hineingehen auf jeden Fall aber ich erinnere dass euch wieder gleich Böses weil gleich Fatih auftauchen wird Nanu dieses Bild aus Glas es scheint da auf dem Ort hinzuweisen an dem sich das Forst befindet Geschichte geht weiter vor langer langer Zeit als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte ne ist die gleiche Geschichte wie am Anfang stiegen mindig vom Himmel herab um einen Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben der Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit und brachte Frieden seither ehren die Menschen das Schwert das goldene Licht Forst weilte eine lange bei der Prinzessin von Hyrule das ist neu ja so war das nicht wahr du bist so unglaublich naiv erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann fährst du dich mich her ich brauche euch nicht mehr jetzt weiß ich wo das Forst verborgen ist Link wach auf Link dieser Vati hat sich in den König verwandelt um das Forst zu suchen irgendwie hat er von diesem Ort erfahren und darauf gewartet dass wir das heilige Schwert wieder erschaffen wenn die Darstellung auf dem Glasbild stimmt ruht das Forst in Zelda der Kerl wird bestimmt versuchen Zeldas Forst zu entreißen wir dürfen nicht zulassen dass der Zelda noch dass er Zelda noch mehr antut beeil dich Link wir müssen Vati aufhalten Musik wir kommen um Zelda zu retten so jetzt können wir uns zu 4 teilen oh nein das ist ja alle sind zu Stein geworden der Minister die Soldaten genau wie Zelda das ist offensichtlich Vatis Werk seine Grausamkeit kennt keine Grenzen Link nun ist es Zeit mit der Macht des Schwertes der 4 den Fluch zu brechen wir sind gerettet danke hier sind schreckliche Dinge passiert der König der sich so merkwürdig benommen hat war in Wirklichkeit Vati wir wurden einer nach dem anderen von Vati versteinert und dann griffen die Monster an was ist nur mit diesem Schloss geschehen ja man hört die Musik ist anders Link es ist schrecklich Vati ist mit der versteinerten Zelda auf das Dach geflohen er führt sicher Böses im Schild du musst ihn aufhalten der richtige König von Hyrule ist hier irgendwo eingesperrt bitte suche und befreie ihn wir kommen gleich nach dunkle Schloss Hyrule was ist denn das das wirklich das schöne Schloss Hyrule unglaublich ich hätte nicht gedacht dass Vatis Kräfte so viel Unheil anrichten können der König und Zelda sind in Gefahr beeil dich Link eine Truhe da oben hier geht es nicht weiter also können wir nur nach links hier brauchen wir Schlüssel ohne Ende hier können wir runter fallen aber ich weiß nicht ob das irgendwo hinführt ich denke nicht ich bin stärker geworden ein einschlag und sie sind weg hier ist nichts hier ist nichts bloß hat sich komplett verändert ein Kerkherr da ist der König wie kommen wir zu ihm wie können wir ihn erreichen auch mal einen Minish aber wo kriegen wir Minish her mal hier aufsprengen nein nein wir waren auch nur verschlossene Türen muss man sich vielleicht doch runter stürzen um weiter zu kommen au da ist ein Gang in dem wir aufsprengen können aber treppen können wir nicht runter gehen Aber hier geht es auch nicht mit blöden Fake-Türen. Da können wir auch nicht runter. Aber warum der Minish? Das ist eine gute Frage. Da stehe ich jetzt immer noch nicht. Oder kommen wir da durch das Fenster? Da müssen wir doch runter als Minish? Da war doch vorhin was, ja. Genau. Wo geht das? Hier müssen wir durch. Dann kommen wir Richtung Kerker. Rohre sind offen. Normalerweise müssten wir als Minish durch diese Steilgitter kommen, aber man darf nicht so logisch denken. Ah, Link! Du hast mich also gerettet. Aus dir ist wahrlich ein Held geworden. Während ich versteinert war, sind im Schloss schlimme Dinge passiert. Das ist alles Fatis Werk? Ich bin der König und ich muss Fatis besiegen. Doch kann ich gegen ihn nichts ausrichten? Link, du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte rette Zelda. Mit diesem Schlüssel kommst du aus dem Fatis Verlies. Wo war die nächste verschlossene? Ah, da hinten ist auch noch ein Weg. Ich sehe es gerade. Oh, ich kann nicht schlagen. Nein! Wie lange hält das jetzt an? Ah ja, ok. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ah, ok. Jetzt geht's wieder. Ah, ok. Ich kann mal denken, dass das Schloss auch bestimmt riesig ist. Wir haben die Dungeon Karte gefunden. So, hier können wir erstmal raus. Bevor wir weitermachen, werden wir noch ein Herzteil holen. Und zwar bei der Schule muss man sich klein machen. Hier rein. Erinnert euch ja bestimmt noch. Hier war ja dieser riesige Stein, wo man nicht durch konnte. Hier haben wir den zweiten, nächsten Herzcontainer. Ein Glücksfragment. Nochmal eins. Und nochmal eins. Jetzt fehlen nur noch zwei. Eins bekommt man, wenn man alle Figuren hat. Dann öffnet er das Haus ganz am Anfang da in der Stadt Hyrule, wenn ihr euch erinnert, wo ihr von der einen Seite reinkommt. Aber von der anderen Seite nicht. Bist du glaube ich unter dem Schulladen sein. Und das andere Herzteil werden wir jetzt auch gleich noch schauen, wo es ist. Hier haben wir nochmal im Tuloria Wald. Bei der Stadt der Minich. Oder am Dorf der Minich. Gibt es doch einen Raps für diesen Steg, wo es so dieses Herzteil hier gab, wo ihr am Anfang holen könntet. So, hier findet ihr jetzt ein Haus, wo ein Minich drin ist. Und mit dem könnt ihr, nachdem ihr das vierte, oder euch das vierfach könnt, könnt ihr nach dem endlich diese Fragmente mit ihm vereinen. Mit dem können wir zweimal vereinen. So, der gibt uns jetzt einmal hier einen Weg. Erinnert euch noch an den Wasserfall, der aufgegangen ist. Wo man das goldene Fragment vereinen musste, um dieses Tor zu öffnen. So, das war Nummer eins. Und noch Nummer zwei. Hier, wo dieser Punkt ist mit der Ocarina, wo ihr nur mit der Ocarina hinkommt, erscheint hier nochmal ein Loch. Das ist nämlich sehr sehr wichtig. Da drin bekommen wir nämlich einen ganzen Herzcontainer. Ja, ihr habt es richtig gehört. Einen ganzen Herzcontainer, den wir jetzt holen werden. Liegen wir da Ocarina hier hin. Sie ist im Wind mal. So, wir machen uns zum Minich. Gehen hier rein. Genau hier befindet sich der komplette Herzcontainer. Ja, da benutzen wir am allerbesten das Fliegen. Macht nämlich vieles einfacher. Nachdem ihr das erreicht habt, kommt ihr hier hoch. Hier fehlt mir, oh, dass ein junger Mensch den Weg hier erfindet, habe ich es geahnt. Ich habe es geahnt. Weil du hier bist. Möchte ich dir meinen wertvollsten Schatz schenken. Ach, weiter so. Hier bekommen wir einen ganzen Herzcontainer. Hier zurückgekehrt bei der Geronenhöhle. Nachdem wir uns vervierfacht haben, geht wahrscheinlich danach, können wir hier noch mit einem Geronen, mit dem rechten Geronen nochmal einmal Fragmente vereinen. Auch sehr sehr wichtig. Hier haben wir den Big gewohnt, den wir schon auf dem Berg gesehen haben, wo ich dachte, okay. Wow, fein geschlafen. Mein Gott, das ist ein Riese. Ich muss schon mehrere tausend Jahre alt sein. Perfekt, jetzt passiert was Gutes. Hier beim Sela-Wasserfall befinden wir uns nun bei diesem Eingang, wo wir uns reingraben können. Wo wir gerade mit einem Fragment vereinen konnten. Wo wir das Fragment vereint haben. Und hier haben wir ein weiteres Herzteil. Jetzt fehlt nur noch eins. Und das ist das letzte von... Wenn man alle Figuren hat. So was ausprobieren. Kann den killen. Ich dachte, hier muss es doch gehen. Und nochmal 50 mysteriöse Muscheln. So, jetzt gehen wir noch zum Bickero nach oben. Wir sind nur noch nach oben angekommen. Und hier haben wir diesen Bickero. Herzlich willkommen, mein putziger kleiner Mützenwicht. Wenn du dich im letzten Winkel des Gebirges besuchen kommst. Und komm bitte wieder, sobald du etwas Großartiges vollbracht hast. Nicht vergessen. Das war alles. Was Großartiges. Und man kann sogar hier unter seinen Fingern laufen. Aber was so ein großartiges. So Leute, hier geht es beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich wollte diesen Part separat machen. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt wird. Aber beim nächsten Part sehen wir uns auf jeden Fall im dunklen Schloss. Ich freue mich auf euch. Und das wird das große Finale werden. Ich sag mal Ciao.